So, ja, meine Überlegung ist jetzt eigentlich wieder zurück, weil, und alles durchzusuchen, mir fällt nichts ein. Also mir fehlt null ein, wir könnten jetzt noch in den Turm reingehen, was das Schwachsinn wäre, weil, muss ja irgendwas hier sein. Was mir jetzt einfallen würde, ist entweder die, alle Häuser durchzugehen, oder ich habe irgendwas im Haus übersehen, was wirklich blöd wäre. Weil normal sehe ich ja fast alles. Weil sie sagt ja, erst beim Essen. So, das heißt, es muss doch hier noch ein Raum existieren. Ähm, Moment, ich gehe gerade hier rein und sehe ja da eine Tür. Hier ist eine Tür. Warum ist hier eine Tür? Und da ist auch Fetty, 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 bum, bum, ja. Das ist schon letztlich das Wichtigste eigentlich drinnen. Warum sehe ich solche Räume immer zuletzt? Ja, glaube ich, dass das hier ein nachfahres Mini-Medaille. Na, da kommt doch schon wieder rein. Noch irgendwas zum Zerdeppern? Da können wir die gleicher kleiner sprechen. Hm, naja, äh. Helpp, willkommen! Ah, schau mal, wer da ist. Oh, mein Mann, was. Oh, mein Mann, was. Please, 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 the only who makes... ...the... ...song... ...would be... ...was... ...wad... Da kommen die auch. Nichts kann man richtig sein. Ich habe es getan. Du hast mir eine letzte Zeit. Ich weiß, dass es mein Leopold war. Willst du ihn für mich destroy? Das creature ist mein Leopold. Ich weiß, dass es ein Mann war. Und ich verdiene dir. Ich weiß nicht, dass es ein Mann war. Ich will mich für mich. Ah, Schmorgel. Geil. Nice. Geile Sache, geile Sache. Geile Sache, dass wir das schon haben. Und wir kommen... Wie würde ich sagen? Richtung Norden. Das heißt, diesmal muss die Eishülle sein. Das heißt, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Ningin. Doch, nein. Ich habe die Haus nach elfes. Nur auf eine Zache. Ausland bzw. der eine Zache. Die Frau hat ernsthaft. Also, es muss ich kein Wege im Hintergrund sagen. Das ist nicht offen. Das ist ein Mann. Na Zeit. Das ist ein Mann. so richtung norden verspricht uns da oben lang das heißt jetzt wäre die einzige möglichkeit und ich gehe da hin zu reisen wenn ich ein bisschen zeit sparen will da ist wieder was fertig nein warum nicht warte mal welches level ist jessica jetzt eigentlich 29 boah das ist natürlich ein bisschen blöd gegen gift ein bisschen wasser und wasserpestschimmel und den feuer oder roten pestschimmel auf jeden fall jetzt geht es aber wieder los zwei golems sie kriegen eigentlich ganz gut kreisfäger machen die sense jessica jetzt zauber was natürlich geiles clear fette fette eiszapfen habe ich geil der rechte gleich drauf noch nicht ja jetzt weiß ich auch warum dass sie so schwach ist ich glaube ich habe mir meine tastatur hängen bis meine tastatur mal kontrollend etwas geht ja nichts mehr an die alter Das wird transferieren. Mal schauen, was die nehmen können. Ich muss auch irgendeinen Stab oder so haben. Was ist denn da? Okay. Äh. 1544. Hier jetzt der, ne? So, transfer. Das wird schon mal so. Äh. Ausrüsten. 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 Dann stecken wir den Stab. Das ist natürlich keine. Das wäre. Keine andere Mittel mit. Das wäre. Jetzt haben wir eigentlich alles, ne? Eine Waffe, ein Helm fehlt jetzt eigentlich noch. Ja. Transferieren wir mal eben. Jetzt fehlt hier noch irgendwie ne Kappe. Aber was haben wir denn? Elfenlexier. Zarrot. Ah. Wäre jetzt eine so der einfachsten Sachen gewesen. Dann können wir eben heilen. Die. 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 Troll. Da können wir einfach jetzt mal 19. Hubschrafen. Na alter. Jetzt hält es jetzt schon, ein bisschen mehr aus. Na. Jetzt hält es wieder mann ab. Genau. Jessicas Gepäck benutzen. Bin ich nicht nen Heelstab? da sind alle sachen weg das ist ein bisschen blöder schutzurin das einzige was ich jetzt hier hätte da muss ich damit leben hätte auch schon weniger keine milch naja da habe ich jetzt gehen lust aber jetzt so mit dem team hier gibt gummi stampen ich dachte der stampf ist jetzt hier schon kaputt okay auch da wo der macht aber doch noch schauen dort kommt nicht so hart ja der hat aber auch der golem hat auch viel power vielleicht finden wir noch irgendein der richtig gut stark ist oder so dass wir vielleicht ein zweites team bekommen sehr interessant wäre ein zweites team aber eine gute chance zauber gehen vielleicht eine hilfe in zwei zauber die er eingeliegt leben haben wir können kontrolle muss danach haben wir nachgucken und also zumindest in falltasten klemmt weiter damit alles auswählen da klemmt das oben und die dd kommen muss doch hier sein da hell ist die welt Untertitelung. BR 2018